Ja moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch zu einem kleinen schnellen Video und zwar mache ich meine Free Pools, die ich mir in der Big Mom TM erspielt habe. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal jetzt noch meinen Gratis Pool mit und rede mir gar nicht lange um den heißen Bereich. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was ihr mit euren Gratis Pools bekommen habt. Ich bin mal gespannt, es ist derzeit noch ein Sugo und das heißt wir können auch Legends aus den garantierten Gold Pools, sage ich jetzt mal, da steht ja Gold oder besser, können wir auch bekommen. Ich habe auch schon Videos gesehen, da haben welche Reds gezogen, also richtig nice. Ich habe leider nur ein Red, das liegt da dran, ihr seht es links unten, ich bin derzeit in der Silberliga, ich habe das letzte TM komplett geskippt und ich muss offen und ehrlich sagen, das passiert mir kein zweites Mal. Ich war bislang immer in New World, also Gold Liga und habe halt jetzt eine TM geskippt und muss offen und ehrlich sagen, es fuckt mich ab. Ich kotze, Alter, der zweite Chopper jetzt schon, dein Ernst, es fuckt mich ab, abgestiegen zu sein, weil es hier nur Belohnungen bis 3 Millionen gibt. Die ganzen Belohnungen, die es sozusagen in der New World von 3 bis 5 Millionen gibt, kriege ich hier einfach nicht. Und das kotzt mich richtig an und deswegen, ja, werde ich hier definitiv wieder aufsteigen, also das passiert mir nicht nochmal, dass ich hier absteige. So, leider kein Zusatz-Red. Und die Pools waren auch leider crap. Zwei Choppers, könnte ich total in die Tonne treten, ja und der gute Ivankov, auch schon 3 Jahre alt, brauche ich nicht. So, schauen wir mal, jetzt kommt der Red. Wird es was Neues? Ich glaube es nicht. Save Ray Points, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich lasse mich gerne von was anderes überzeugen. Ino. Fuck. Du, war klar. Habe ich damals ganz neu gezogen, gleich am Release Day, den guten. Ich hätte mich jetzt mehr über Neko gefreut, weil den habe ich nämlich auch noch nicht. Aber naja, sollte nicht so sein. Schauen wir einfach mal. Vom Ranking bekommt man natürlich auch nochmal Legenden, was dabei rauskommt. Muss ich mal schauen, wie ich das ins Video packe oder wo ich das ins Video packe oder ob ich das vielleicht nur auf Twitter oder so poste. Auf jeden Fall. Schreibt es mir unten in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Da schaut es rein und ihr Liebes, zum nächsten Mal. Okay, ich habe noch einen garantierten Six Star Pool als Rewards bekommen. Deswegen hänge ich den einfach noch schnell dran. Unten in die Kommentare, was ihr alles so von den, habe ich jetzt Sugo Rewards gesagt? Treasure Map, Big Mom Rewards natürlich. Kommt, zieh mal durch. Ohne Strohut streicheln. Diesmal. Und es wird. Save and Dupe. Och Mann, Alter. Ich habe so ein perverses Anlag derzeit, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr schön, ganz ehrlich. Das ist echt nicht mehr schön.